Oh, falsche Richtung. Alles klar, gleich ehrliches. Ich bin aber weg. Nope. So, nice. Also irgendwie nichts mit Zaun. Warum wir mal auf dem Bild an zwei Zwillinge durch den Zaun gegangen sind, zu sehen waren. Mayu! Ich brauche... ...zurest. Mayu, bist du okay? Ich bin... ...zurest. Okay, wo ist das Wappen? Ah, da müssen wir die vier Wappen rein... ...tun, ja. Okay. Und das letzte Wappen ist... ...da? Nein, okay. Die Zeremonie dieses Dorfes ist eng mit dem Konzept der Zwillinge verknüpft. Und dennoch scheint es, als habe sich der jüngste Erfolgte erlass, wonach der zuerst gebotene Zwilling... ...äh, der zuerst ge... ...ja, klar gebotene... ...geborene Zwilling als der ältere gelten sollte, noch nicht bis hier herumgesprochen. Die bloße Vorstellung rief höhnisch gleich davor, als ich mit den... ...boah, ich kann gar nicht lesen. Als ich mit den hiesigen Priestern darüber sprach, sie bestanden darauf, dass ihre Tradition seit die er bestand... ...ä, seit die er bestand habe und sich niemals ändern würde. Der zuletzt geborene Zwilling sei der ältere. Ähm, okay. Da kommen wir her und da können wir lang. Ja. Wo ist dieses verdammte Wappen? Da ist es irgendwo. Okay, was wird uns gleich erwarten? Irgendwelche Kämpfe gegen kleine Kinder? Hier kämpft was auf dem Foto. Das ist schön. Na, ja, war ja klar, war ja klar, war ja klar. Nein, verdammt! Ich dachte, ich... ...würde noch rechts... ...rechstzeitig genug abdrücken hier. Ich habe extra noch... ...biss in... ...ja, ihr wisst was ich meine. Ach, Gott! Fuck! Boah! Ja, schnell! War was oder... ...kommelmedizin, irgendwas. Das ist einfach nur ein random Geist. Ja, schau den fuck ab. Danke. Du kannst mir helfen, indem du einfach aufhörst, mich anzugreifen. Ich würde es begrüßen. Oh yeah! Und gewonnen! Nein! Boah! Im Ernst? Achso, okay. Ja, keine Fotos mehr. Klar. Wow, ich habe nur... Wow! 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 Das war mies. Das war mies. Okay. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Ja, best... Ruck jetzt hier zum... Ruf den FBS! What a fucking win! Oh shit! Okay, unser Spiegelstein. Nice. Das war mies. Wow! Sieben Schaden. Okay. Dann haben wir jetzt eben die goldenen... Äh... ...Bilder gemacht. Oh yeah! Wow! Wow! One-Hit! Nicht schlecht! Und nur ein Bild verschwendet, wo der Geist sich befand, ist etwas zurückgeblieben. Und zwar... Das letzte Wappen. Yeah! Nice. Was wir dann wahrscheinlich mit irgendeinem Rätsel da ja einsetzen müssen, weil wir... Wir können ja bestimmt nicht alle random einsetzen, sondern wir müssen hier noch eine bestimmte Reihenfolge einsetzen. Wäre ja ansonsten irgendwie Project Zero untypisch. Äh, wie? Was? Ach genau, hier. Oder Mai ist jetzt weg. Warum auch immer. Aber... Ne, ist doch da okay. Na dann! Ah. Passt? Oh, ja. War klar. War klar. Das ist so ein Rätsel wie bei... Ähm... So. Wir müssen jetzt... Äh... Alle außenstehenden Wappen müssen dieselbe Farbe haben wie... Das... Also... Ihr wisst, was ich meine. Ich war... Ich kann es nicht ganz richtig erklären. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, machen wir das. Nein! Fuck, das wollte ich gar nicht. Ja. Ich bin klar, dass es falsch war. Okay, nochmal. Ähm... Das war knapp, das war knapp. Äh... 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 Ja, es ist... Ja, scheiße. Ich hätte es fast lösen können, aber nur fast. Hätte ich jetzt, äh... Also nicht davor... Das Rad rechts unten gedreht. Also das Wappen rechts unten gedreht und nicht das liegt so. Ähm... Mal das hier. Ich bin jetzt zu faul, irgendwie richtig nachzudenken, äh... Das... Was. Also mach ich es einfach nach Zufall. Oder auf gut Glück eben. Zwei haben wir noch. Alles passt. Jawoll! Nein, fuck! Ja, links unten. Ja, okay. Scheiße. Okay, mal schauen, wie viel, äh... Versuch ich brauchen werde. Jetzt hast du es hier. Dann... Wegen einer scheiß Farbe. Nur eine Farbe war es. Jawoll! Haha, von hinter dem Schreien her hat Raga ein Geräusch, als habe sich etwas geöffnet. Nice. Es wird windig. Es wird windig. Das Bild hat mich ein bisschen an Project Zero 4 erinnert. Ein kalter Windblast von hinter dem kleinen Schrein herein. Kann es sein, dass ich den Zugang zum unterirdischen Gang geöffnet habe? Wir werden es euch herausfinden. So, nur wissen, wo der unterirdische Schrank... Äh, äh... Ja, Schrank, genau. Wo genau der ist, ist... Äh, ja. Wo habe ich den jetzt geöffnet? Wie aufgepasst. Ah, okay. Wir müssen erst mal... Ja, zu Mayu. So sieht es aus. Und Ende von Kapitel 8. So was von. Jawoll! 8 Kapitel zu Ende. Der Abnehm der Mond. Ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei Kapitel 9 wieder. Macht's gut!